Moin! Willkommen in Magdeburg am Hauptbahnhof. Heute soll es nicht um moderne Niederflurstraßenbahnen gehen, sondern um Tatra-Gelenkzüge des Typs KT4D. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe MVB haben acht dieser Fahrzeuge gebraucht aus Berlin gekauft, um einem vorübergehenden Fahrzeugmangel abzuhelfen. Zuerst sehen wir die Tatras am Hauptbahnhof, an der neugestalteten Unterführung der Ernst-Reuter-Allee. Hier kommt ein KT4D durch die Hasselbachstraße. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe MVB Unser nächster Standort ist in der Innenstadt beim Allee-Center. In der Online-Fahrplanauskunft ist für jede Fahrt zu sehen, ob eine Niederflur- oder eine Hochflurbahn kommt. Wegen Bauarbeiten fuhren keine Straßenbahnen über die neue Strombrücke, als dieses Video gedreht wurde. Auch am Heumarkt gab es eine große Baustelle. An der provisorischen Haltestelle beim Heumarkt sehen wir hier eine ebenfalls provisorische Haltetafel, speziell für die KT4D. Steigen wir nun ein in einen Zug der Linie 4 nach Krakau. Hier kommt die KT4D oder hier im Kopf. Wenn es ein Wärfe aus dem Eich Haus ist, dann geht es für die KT4D. Dann geht es wieder zu sehen. Hier kommt die KT4D-Johang aus der Saftelag. An der KT5D-Johang aus dem Eich Haus ist eine Reihege. Hier kommt die KT4D-Johang in der KT4D. In eine Zukunft zu erinnern, 7. Straße Achtung, Ausschiefe Achtung, Ausschiefe Achtung, Ausschiefe Die alte Stelle Pechauer Platz Das war's. Wir fahren zurück durch Krakau. Anschließend geht es über die Brücke des Friedens. Wir fahren zurück. 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 Wir fahren zurück.